So, da bin ich wieder, ich habe den Solarstrahler jetzt umgedreht und gehe jetzt einfach nochmal auf den Zug, äh, diesmal brauche ich nur einen Schritt drauf zu machen und dann geht er sofort an. Also funktioniert super, Licht ist schön hell, sind genug LEDs, da ist fast eine 180 Grad Beleuchtung mindestens, ist schon super, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Achso, aber leider hat dieses Gerät nicht diese notwendige CE-Bezeichnung für geprüfte Sicherheit und ist deshalb in Deutschland, in ganz Europa darf das nicht verkauft werden. So, ich habe hier jetzt den Solarstrahler mit Bewegungsmelder und bewege mich jetzt einfach mal langsam auf den Zug und zack geht er an, obwohl der ja eigentlich auch verkehrt rumliegt, sehe ich gerade, so reagiert er bestimmt noch schneller. Ich mache mal kurz eine Pause. Ich mache mal kurz eingedrungen, wenn ich hier in der Schule im Alois 1,5 Grad, das ist gar nicht mehr, also was wir über die Zeit, dass ich hier in der Schule das nicht grille, das ist gar nicht mehr, eigentlich, wie die Zeit. So, ich mache das hier in der Schule, ich sage es nicht mehr, ich mache es nicht mehr. Vielen Dank.